Karlsbader Schnitte, oder das ist was anderes als Toast Hawaii. Ja, aber die Karlsbader, die Ostsachen, auch dieses Strindberg, dieses Steak Strindberg. Was heißt jetzt Ostsachen? Man kennt doch auch Karlsbader Schnitte oder Toast Hawaii. Karlsbader Schnitte? Nee. Alle Ostvarianten von solchen Sachen schmecken geiler als das Original. Alle. Alle. Also man kann schon sagen, das Essen in Ostdeutschland war besser als in Nordkorea. Aber ansonsten würde ich jetzt die Erwartungshaltung nicht zu hoch schrauben. Doch, doch, doch.